äh ich glaub nicht, dass du dir Meta ziehst, oder? das ist sehr wichtig hier so Schritt Meta genau jetzt mal mit Stärke Flask damit ich mal den Mage out dps ah, ihr kommt gerade recht heute Nacht versammeln sich die Adlingen zu Ehren der Großmagistin laut unseren Spionnen wird Elisande persönlich anwesend sein eine der seltenen Gelegenheiten sie abseits ihrer Machtquelle also ich zoll die letzte 10, ne? ich kann auch 7, alles gut ja wir können auch beides machen, mit vorn so ich auch schau mal wieder das letzte an, scheiße dauert noch eine Minute bis ich da bin das ist eure beste Chance die großen Registriks zu beseitigen wie gehört es scheint letzte Boot ist so ripped man auf dieser Feier die Ordnung zu wagen ich schlage eine diskrete Herangehensweise vor auf dem Weg solltet ihr die Akkannenleuchtfeuer deaktivieren jetzt nicht sterben jetzt nicht sterben hier bei den Moppes jetzt nicht sterben hier bei den äh unterdrücken danke ok na das war auch meine Fehler das ist gut ok ist irgendwas durchgekommen? no ich denke ein Heal kam durch, aber das ist nicht wichtig hinten haben wir ausgemacht, ne? ja und dieser Mann hat auch nicht das Zentral so wir können ihn aufziehen, oder wir müssen den Kress verlieren nein, Alter why you die hat der Tank aber auch umgedreht ne ne ich musste rauslaufen aus der Fläche ja aber dadurch hast du noch gedreht und dann stanzst du über dem Heiler ich muss halt jeder selber gucken und kein Ohr weiß nicht und haben wir den geedit? den in der Trap? ne, oder? ne, ich hoffe nicht einfach gleich schauen ob wir hier nach im Fight sind ok ne ne ich summon gleich ich kacke den ich kacke den oh hmm oh ein bieten muss übrig bleiben oder wir können auch noch nicht mit absicht falsch ansprechen wieder raten als ein paar der weiße gruppe und wieder mal verraten ist egal also wenn das grün leuchtet war Weißer auf dem Boden, man sieht gar nicht richtig Aber hier Schroom und Blizzard rumliegt Weil manchmal dieser und der Street Sweeper 90 Grad sind, also keine Saves Wir holen sie wieder zusammen Die Petra muss weiter weg Äh Jetzt Bis dann rein Ich hab 50% cooldown gezogen und wär fast gewippt, Alter Die sollen einfach nach Barker oder so Nach Barker vom Heiler So häufig kommt der Kasten Hätte ich nicht überlebt damit Der hat mich vorhin im Enrage mit diesem Aboe für 10 Millionen gehittet Ich spare dann wieder Leben für das zweite Pack Du kannst ihn mit den Imps pullen Dann musst du aber halt warten, dass die Imps von der Patrouillin vom Weg her direkt dann näher sind So Und also macht ihr jetzt ja jetzt nicht eventuell perfekt oder auch nicht und sonst muss man halt einfach eine runde warten auch schon wieder dieses jetzt ist es mit dem dinge oder das gefühlt kommt nicht Die gleichen Buffs, also hier haben wir bisher die gleichen Buffs wieder, interessanterweise. Zumindest hier die ersten Buff. Die ersten Buffs, also hier. Was machst du denn? Ich sterbe einfach sonst, wenn du gepultet hast. Boah, ich wollt grad... ...beten. Alles gut. Also ich pull den Post. Uh. Wäre ich ein paar weniger? Nein. Ja, exakt. Hm, aber die Trap stand nicht. Was haben wir jetzt ein Trap? Hm, ne, die steht nicht. Die war ja beim letzten Mal da. Ja. War ich die Crit? Oh, ich hab noch nicht geguckt, aber... Ne, wir haben ja den Damage-Bonus von Mage. Oh, nur eins davon kriegen? Hm. Aber wir müssten jetzt noch HP-Buff haben, oder... ...Defensiv-Buch. Schauen wir denn hier nach Großbrunn mit den Ims dieses Mal, oder brauchen wir den? Hm. Mit den Ims. Wir haben hier rechts das Ding zum Antlick, ne? Ja. Für, weiß ich was das ist. Die Statue. Okay. Äh, schon mit Craftry. Ja. So ein Problem. Hm. Ich weiß nicht, wie der links siehst, aber die sind nicht hier. Ne, die sind nicht hier. Weiß sie. Aber die machen wir dann mit den Ims zusammen. Ah. Ah, don't get hit by this. Ja. 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 F***. Habt jetzt keine Coulons-Films, oder? Ja. Ich hab alles. Ich hab extra alles gespart. aber sie müssen die nicht rüberkommen ist halt jemals vielleicht braucht und ja mit den nächsten zusammen okay das ist perfekt und Ah, bist du, oh Gott. Okay. Habt du mir was? Halt's ein oder können wir beide anklicken? Halt's noch ein und wenn der auf 50% ist, kannst du den anderen holen oder so? Mh, aber die Bafi ist echt doch. Wir müssen eh in den Forza spielen, oder nicht? Ich wollte über 88% das haben. Ich glaub, das ist einfach so. Dann machen wir das. Hier hinten stehen ja noch zwei Mobs, die können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Die 5% ne? Und dann noch ein Forza auch noch. Ja, dann fielen sie immer noch 1-2-2%. Ich hole den mal hier hinter, dann kannst du den schon ansprechen gleich. So, kannst du eigentlich schon rausholen. Oder wir machen die Brücke. Nee. Wir brauchen Prozent. Ja, hol den Money Boss erstmal. Dann spielen wir jetzt mit der einen Krupp zusammen. Oh, heal den Money. Oh, what the fuck. Soll auch sterben jetzt, ne? Okay. Now I pull these two. Okay. Okay. Ja, machen wir noch den einen Forza auf der anderen Seite. Weil es erreicht nicht, ne? Da müssen wir es gerade. Rechst nicht? Na, der kommt irgendwie 5 oder 6,2, glaube ich. 6,2 wird er reichen. Sagt, er gibt 5%? Nee, er gibt 6 irgendwas. Das sind nicht genau wie viel. Müsste 6,2% gewesen sein. 6,2%? Dann reicht das schon. Stehen wir das von hier? Wo ist denn der? Ja, ja, der hat 6,2% zu tun. Ja, perfekt. Ähm, Pat is coming. Wir laufen einfach hinterm Bus. Achso, warte mal, haben wir das Buch eigentlich? Was hatten wir? Wir haben Rechtskampe gar nichts zu gehabt. Bis auf die Zweifel. Das Food haben wir, oder? Ja, wir haben das exakt gleiche. Die Trap wurde nur gegen den einen Simon ausgetauscht. Okay. Ich probiere mal Infos. Nur 6,2,5. Perfekt. Don't add the group. Das ist halt einfach wahr. Fertig, finde ich eigentlich einfacher gewesen. Doch schneller. Ja, nein. Ja. Wahrscheinlich, die Brücke. Aber die Brücke hat nicht gereicht. Hm, die Gruppe hätte gereicht. Das sind 7,5. Alles egal. Machen wir den schnell. Ja. Was sollst du? Ja. Ob es nur wesentlich schneller als vorhin. Ja. Ah, die Poste dauernd aber noch bis vor. Wir waren 5 Minuten langsamer vorhin. Na klar, wir haben halt einen Tod, ne? Haben es ja noch keinen Wald gehabt. Lassen Sie mich mal im Spool, die ist zwar nicht mehr kippt. Gute Idee. Hat vorhin richtig geklappt. Gott, 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 Gott. Aber vergiss nicht gestunt zu werden, damit es... Ich hab schon sehen, dass der Mädch stirbt. Oh. Zwei Tode. Jetzt beginnt's. Passt auf die Partysretter. Ist, wir müssen hier warten. Passt. Same Rotation as before? No problem. Das Problem ist, wir müssen jetzt nochmal... Oder Puls halt schnell, je nachdem. Äh, wollen wir HT machen? Ja. Ist ja die Frage, ob wir es hier brauchen, ne? Normalerweise, wenn wir nicht am Ende wipen, brauchen wir es nicht, würde ich jetzt eigentlich sagen. Naja, lass mal... Der Boss ist schwerer. Auf Tyranico. Ja. Wenn man irgendwann bei 5 Stacks ist, wird's halt eklig. Ich mach wieder die erste. Na, scheiße. Achso, du machst die erste. Hab ich doch vor noch gemacht. Ja. Das ist RIP. Ne. Ich hab immer noch E-Beam und alles Mögliche. Soll ich fülle aus. Ich hab auch immer der Torwart, es geht vor allem darum, dass mein Schulternwaffe jetzt weg ist. Aber das schwingte das weg. Ja, nicht schlimm. Dann ist das auch kein Stun, ne? Hm. Wahrscheinlich nicht. Median wird CD. True, c-to-do-has, pushback, and it. Montage, son, pushback. I just, my code, with vortex, ob wir sind. I just, my code, my code, my code, son. Ok, then, don. Dann ist halt komplett arm, wie. Ja. Fürs Nix habe ich wieder zu dir Dann lass... einfach Double Trinket rein Okay, okay, gut Easy Actually, we might really do two chests if we don't fuck it up Such einfach die Gruppe, wir klicken alle jemand anderes an, ja? Weil... Wir müssen eh noch triggern, dass wir nicht das Langebinder brauchen Ich kann den manchmal Instance finden, wenn... Nur eine Bis jetzt, da das Pouch ist, dann müssen wir als erstes halt einen anklicken, der keinen Pouch hat Ist oben auf jeden Fall eine Gruppe Beutel, weiblich Ich twicke einfach schon mal einen falsch mit Absicht Ohne Handschuhe Beutel, weiblich, ohne Handschuhe Wer ist die Gruppe hier? Welche ist das die? Beutel, Beutel, Beutel Das ist eine Beutel War doch die Beutel, du glaubst Okay, so Musst du halt mal mega ranzoomen, dass ich überhaupt was sehe Und manchmal ist es halt wirklich... Aber jetzt machen wir trotzdem nichts, glaube ich, viereinhalb Minuten Weiß einer, wie lange wir vorne gebraucht haben für den Endboss Endboss? Ne, aber das schaffen wir nicht Tu chest Die anderen Bosse waren jetzt aber eigentlich 1,49 und eben 2 Minuten Mh 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 ... Mh 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 Okay, ähm... Okay, äh, Gattel. Äh, Druid, run. Oh, ja. Fein. Oh, jetzt ist es ein bisschen drauf zu klicken. Die redet halt, sobald du den Key aufgehoben hast. Ja. Und die Tür, die kannst du auch später öffnen. Naja, dann beginnen die erst zu reden. Wie gesagt, die anderen Bosser. 1,40 und 2 Minuten. Wenn der jetzt 2,30 dauert. Naja. Wir haben 3 Minuten 30 Zeit. Ne, 2 Minuten 30. 3 Minuten 30, scheiße. Okay, achte die. Nicht mal, 2,20 noch. Wird auch nicht. Oh, oh, fuck. Äh... Was? Äh, hab keinen Pudas. Wow. Äh... We like to beat them in one place, okay? Ja, äh... Put them away. Ja, der darf dann nicht stehen. Der darf dann nicht stehen. Du darfst nur, wenn du den versuchst, den gleichen Punkt zu bilden, musst du den halt immer wegrufen, da. Ja. So, mage, go on to the last position of him. Every time go to blue. Stay there. Ja. Genau. Ja. Äh, du darfst den auch nicht ziehen. Ja, ich muss... Jetzt ist okay. Von dem einen Mob hab ich... Einfach zurücklaufen. Ich müsste aber... Max-Range da stehen. Ich muss ja nicht Max-Range da stehen. Also... Von den Illusionen halt weg. Oh, okay. Weg von den Illusions. Was? Hier mal. Oder ich kann nicht. Scheiße. Boah. Ja, mal 15 Sekunden kann ich klären. Na, geht ja eigentlich noch. Schnell, du hab ich bastet. Ich clear. Oh, oh, nein. Oh, ich sterbe. Fuck. Oh. Have no rest. 4 Minuten. Mann. Nicht failen. Ja, ich würde gestanden. Lass sauber runterspüren, ist das noch on time. Und das sterben ist das halt nicht mehr on time. Ihr habt in 3 Minuten HT. Sollte es nicht ausgehen. Hast du den Cheat Def noch? Ja. Die Linien sind aber schon eher recht kacke. Wird wieder ein bisschen übergenommen. Immer hier irgendwo keine Illusions sind. Oh. Aber hier sieht man alles schlecht. Oh, ist alles grell. Das ist doch schon gleich. Es fehlt gar nichts. Scheiße. Hast du geprockt? Ja. Oh, hier wird das. Bereite euch ein schnelles Ende. Oh, hier wird es frei. verschwinden darf man nicht ab und zu mal welcher normalerweise denke ich müsste doch jetzt schon alles voll sein doch nicht lieben das eine umgefallen heute kommen die fällt immer ein Postmann ich bekomme jetzt 955 als Schurken oder freut man sich ach das brauchst du das trinket ok ich war auch etwas tun dass ich für die